Seit letzter Woche gibt es eine Aktion der Künstlergruppe Zentrum für politische Schönheit. Flüchtlinge fressen Not und Spiele heißt sie. Sie haben ein Flugzeug organisiert mit 100 Schutzsuchenden aus Syrien, in der Türkei, die Familienangehörige in Deutschland haben. Und Fragen nach, ob die Bundesregierung, und das würde mich interessieren, ob das Thema war der Kabinettssitzung und inwieweit die Bundesregierung der Bitte und der Forderung nachkommen möchte, dass dieses Flugzeug Joachim I, Flugbereitschaft der Deutschen Zivilgesellschaft, ungehindert nach Deutschland kommen kann. Auch im Zusammenhang mit Paragraf 63 Absatz 3 Aufenthaltsgesetz, in dem diese Sanktionen für Beförderungsunternehmen, für Flugzeuge beispielsweise, hier in diesem Falle, nicht fallen werden. Und deshalb die Menschen sicher und nicht über das Mittelmeer lebensgefährlich zu ihren Familienangehörigen in Deutschland gelangen können. War das Thema? Und wie positioniert sich die Bundesregierung? Frau Kollegin, das war nicht Thema der Kabinettssitzung. Die Bundesregierung ist aber prinzipiell der Auffassung, dass eine Einreise in die Bundesrepublik Deutschland mit den notwendigen Erlaubnissen über die deutschen Konsulate erfolgen sollte. Vielen Dank, Frau Bundesministerin. Dann auch danke für die Beantwortung und für den Bericht.